big mac in high tics warze er wollte schreiben warte er schreibt warze es ist erst unter hier ist big mac ich bin so ein arsch longboard neumund mit gesicht schneemann haut 1 euro und 99 cent raus marabou an die macht mit gesicht schneemann gesicht wieder portes vorliest mit gesicht nehmen kann ich werde schon vom b-rad an immer ein fliebstes b-rad nur irgendwie keine ahnung ihre feier deine live streams du der beste danke danke schön dankeschön b-radner mega noch mal irgendwas noch mal 10 euro ne nein marcel im making mehr mit als judo edgy betgy ich mach nen clip was edgy betgy na oh jetzt hab ich mich mal schocken oh hallo oh ich dachte gerade so was das ist für ein nerd hast du dich über mein diamanten geschenk gefreut oder nein 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 nicht nicht nein ich bin raus nein ja doch hab ich mich gefreut lea sehr schön wir haben 69 zuschauer mega zahl wieder am start hier machst du die zahl auch lea wunderbar die zahl die schönste zahl ja ja ok bin um 15 uhr dabei ja mach das in nitix nein scheiße egal ich mach die fastcam kurz nochmal hier die macht auch faxen heute oh ha metamix nicht so viele leute bitte metamix unterstrich top überfällt mit einer gruppe von 1 Hilfe dankeschön für dein wait aber nix war bitte nicht mit so vielen leuten warte da ist der wurscht drin einfach nicht gesehen ne pickaxe einfach bigmac in pickaxe nein scheiße oh biggy hat auch die pickaxe raus geholt ach bigmac ey die wissen wir schon ne marke ey geil bigmac wir haben grad amazon den router angeguckt jetzt hängt er mir das bild weil die grüne lambe leuchtet geil bigmac du bist der wahnsinn jetzt kommt koala pizza 5 grüne lämpchen bigmac schickt hier ne zack oha jetzt kommt koala pizza 5 grüne lämpchen aber 2 leuchten nur wir hatten doch vorhin ein gutes thema gehabt hier highlighter punkt 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 homosexuell heißt in welchem alter wird man sexuell mündig wusstet ihr das dass wenn man wenn man in das loch rein pumpt dass es dann 6 tage noch hält das heißt man pumpt es rein ne meine freunde oder konto bleibt stecken es platzt nach 3 tagen blub bist du ohne sex zu haben nach 3 tagen schwanger mega wie so ein wie so ein wie so ein lager von spermien richtig richtig ne was für mündig naja eigentlich ist es doch mit 14 ne wenn du mit 14 schon knickknack machst kannst du mit 14 schon oder was 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 heißt denn mündig in den mund nehmen oder was kann man auch schon mit unter 14 theoretisch ja in den mund nehmen richtig ja warum erst ab 16 warum denn schon früher ähm alle gehen bei gelb rein ne ne alle gehen bei hä bisschen falsch gebaut die map ne ups ja lasi hast du alle eingesperrt hier er hat alle eingesperrt geiler dann ich meine warum spürt man seine eier naja wäre schlimm wenn du die nicht spüren würdest ne und du bist wahrscheinlich im wachstum jetzt ne deine eier werden jetzt im wachstum größer das ist ja richtig böhmische richtigen dingdongs hast ne ach hei je der erste engländer der probleme hat mit meiner mod da hab ich ja komplett raus please help me sir i want to install the stumble mod Applikation on my computer was heißt das please just type i am indonesian i use translate müssen es so machen so und hier ist und hier bist du ne da kommst du jetzt rot ist eins blau ist der zweite platz ne habt es verstanden leute ne erster platz zweiter platz und hier kommst du ne Und jetzt ist ja die aufgabe du machst beim 100 meterlauf mit und überholst den zweiten platz also hier ist der zweite platz ne und hier ist der erste der ganz vorne ist jetzt kommst du 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 überholt den zweiten platz den hier sagt und bis jetzt hier und der zweite platz ist auf drei welcher platz bist du jetzt ist jetzt erst aber bis zu zweiter ist zweiter eine wohlzeit den zweiten nicht der ersten waren gute erklärung oder es aber ziemlich traurige frage ist eine echt traurige frage ein hürde meine freunde es war einmal ein hürde er hatte zwölf schafe alle außer drei sterben wie viel schaf hat er noch so trauriges ende einmal kurz eine schweigeminute für die neuen schafe mr luke ernsthaft alle trauern hier bei youtube machen traurigen smiley rein und schreiben rip und was macht mr luke einfach kein herz für schafe nicht laufen ja jetzt holen die mich die arbeit zusammen der heide heide hei erholt mich der heide holt mich oh nein ja ach komm jetzt bin ich klein wir müssen abhauen 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 schade er ist einer in der mitte pass auf man ist das drin schade ja das war echt alles macht spaß wir leben schon voll lange so wir gucken von hinten wo lecker ist er bist du drin der dünner mann ja ja aber ist zu viele namen hier ach da lecker 23 da ist er da ist er ich sehe ihn mit dem mit dem football kostüm wir gucken uns mal ein bisschen dünner mann an er hat es geschafft nein was macht er und das war knapp gewesen und raus ist und weg ist er kann jemand zu mir sagen dass ich dumm bin ja rotscha du bist dumm rotscha bist richtig dumm lehrmacht wird nein das ist das ist doof oh jetzt habe ich was machst du denn ich hab jetzt schon geguckt was zum henke rauna bin einfach in der schule und schaue dein stream hey aber aufpassen nicht das ärger gibt nicht dass nachher doch deine lehrerin bei mir klingelt und sagt meine spielschüler sind abgelenkt von einem stream ich lese mal vor die in der liste sind jetzt haben wir simon der rot-schwarze dann haben wir noch steinbock am start bielal nächsten stefan till der spk king emil und noch mal in den job ja die wartezeit ist wie beim jobcenter sehr sehr lang ihr müsst euch ein bisschen gedulden immer immer diese eigenwerbung das bringt euch gar nichts ne bist bist du damit eigenwerbung ein abo machst ne ist die wahrscheinlich größer ist die wahrscheinlichkeit größer dass ein affe fliegen kann ne hat das lust du hast du noch nie ein disneyfilm geschaut doch schneewittchen und so ne ja vor zehn jahren vielleicht ja ich doch auch dünner mann ich doch auch die erste frage war ein an was ist schneewittchen gestorben könnt ihr mal schon mal googeln ne ganz easy an was ist schneewittchen gestorben richtig am kondom warum wir das bild da sehe ich mich bald das könnte biggie sein das passt 1a zu big mac in mainstreams der pennt da auch mal ein das war nur spaß naja aber ne sparen ist ja kein spaß mohammed er musste ja mit reaktionen rechnen kannst du auch nicht irgendwo klauen gehen und sagen das war nur spaß oh danke schön und nein 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 sich nicht auf ein kopf krabbeln nein er war mein weg hast du er hat mich geblockt er hat mich auch ein leute hört doch auf damit es mache ich nichts mehr auch denn das ist so geil braune schafe brauner schafe kann ich nicht lesen und jonas brauner schafe in wir 6k natürlich schaffen wir 6k ich habe sie da falsch geklickt hast du wieder eine ziege genommen warum sehe ich immer eine ziege da drinne ich als einzigster oh nein kurz baustein rei getrihardet hier oh nein 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 oh hohoho let's go singt ihr selber oder was ich habe mich erschrocken alter ich habe mich so erschrocken oh mein gott wir sind gestern zwei schwarze katzen bei mir gelaufen oh dünner man das ist nicht gut mein beileid auf jeden fall denn schon mal warte mal ab bis hier richtige schlangen sind dann hast du die ganze zeit das ding 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 die geräusche oh nein jetzt nervt mich das auch ich habe das die ganze zeit ignoriert oh nee oh nee oh boom oh was was ruhig ich brauche halt durchhaltevermögen so ich bin mal kurz an die seite und dann gehe ich mal auf toilette nein warum rennen die alle dagegen der eine ist auch gegen rand weil er dachte ich rennen gegen er rennt auch gegen warum ich wollte nur auf pferde gehen einfach wrestling touchdown ruhig brauner steht da er steht ruhig brauner einfach war geil na gut dass ich noch bis zum level 22 bekommen bin ich bin ich bin so in dieses spiel vertieft was ich nicht gesehen habe dass da ruhig brauner steht die meisten haben aber natürlich gibt es wieder ein paar außenseiter hier da einfach alle ihren nose genießen das ist cool ja guck mal er verkackt gleich ne ja ihr stream ist coming habe ich schon zusammengebaut hier diesen stöpsel hier oben denn licht für dunkelheit für friedhof cool ne ihr habt euch mal einen stick gesehen ich weiß aber ich wollte einfach mal zeigen er würde den brandenburger tor sehen ja das mache ich auch ne also die ersten el streams werden ja ein bisschen testweise das wird dann bei mir in der gegend sein dann zeige ich euch mein versifften teich hier genau er ist mega den muss man gesehen haben das macht so spaß mit dem kopf also du hast ein paket bekommen hä dünner mann ist das auch ein anderer dünner mann oder hier ich hab doch gerade in die kamera gezeigt ist das ein päckchen ist ein umschlag dünner mann ist heute ein bisschen verpeilt ne ich zeig in die kamera ein umschlag und er fragt was für ein tor was für ein tor oha mega das gibt's nicht 6 1 aber letztes mal hatte ich wenigstens zwei tore kein guter kopfball habe ich auch gesehen was war das denn geil was ist das denn dann nochmal nein akku leer hallo schnell schnell dahlia los nein das war es komplett so was ein filter netos habe ich nicht geschmückt ich weiß nicht warum wir alle mal filter sagt ob ich kann mich auch verwandeln ne pass auf hallo hallo sogar der alien hat ein zungenbüsig hallo ich bin einer pommes Das ist aber gut. Oh, ein Loch geht noch nicht hier rein.